Haar, so ist halt immer Sass. Äh, sorry. Der, der jetzt hier in Schildert, ist das der erste Tote gewesen in der letzten Runde? Wahrscheinlich. Sollte so sein, ja. Okay. Ja, ist immer so. Damit er nicht nochmal als erstes stirbt. Oder erst Runde. Kennt ihr das, wenn ihr als Kuhmich einfach eine Tasket, die ihr nicht habt und dann aus Versehen, einfach aus Versehen draniert und dann einfach fake, damit es nicht so Sass aussieht? Sehr. Nein, sowas mache ich nie. Niemals. Wo gibt's denn sowas, bitte? Das ist doch gemein. Perfekt. Mach das. What?